Heute will ich mal mit euch über ein ernstes Thema sprechen und zwar Mitleid. Viele von euch da draußen haben ja auch Hunde aus dem Tierschutz mit einer nicht so schönen Vorgeschichte. Und jetzt gehen ganz viele von euch daher und meinen, diese Hunde mit Samthandschuhen anfassen zu müssen, weil es vielleicht auch so ein Hund ist, der recht viel Unsicherheit zeigt, vielleicht auch gar nicht so richtig nach draußen gehen will und jetzt fangen diese Leute an mit Käsestückchen, das alles schön vorsichtig aufzubauen, ihn, ich sag jetzt mal übertrieben zu bemuttern, Mitleid mit ihrem Hund haben, weil er hat ja einfach so eine schreckliche Vorgeschichte gehabt. Vielleicht war es sogar ein Straßenhund aus dem Ausland. Ach, wie furchtbar! Die Wahrheit will keiner wahrhaben, aber Straßenhunden geht es tatsächlich deutlich besser als einigen Hunden in deutschen Haushalten. Jetzt sagen viele wahrscheinlich, ey, wie kannst du sowas sagen? Ganz einfach deshalb, weil Straßenhunde einfach noch Hunde sein dürfen. Die dürfen einfach ihrer Natur folgen. Natürlich müssen diese Hunde auch schauen, dass sie Unterschlupf bekommen, wenn Unwetter kommt, dass sie genug Nahrung finden. Aber im Großen und Ganzen geht es diesen Hunden weit weniger schlecht, wie viele von euch da draußen denken. Denn wenn ich jetzt so einen Hund nehme von der Straße, pack den in einen konventionellen Haushalt, dann werden an ihn von heute auf morgen zahlreiche Erwartungen gestellt, mit denen der Hund vorher einfach überhaupt nichts zu tun hatte. Der Hund, der darf auf einmal nicht mehr bellen. Und um Gottes Willen, er darf auf gar keinen Fall knurren, schon gar keine Kinder anknurren. Er muss schön an der Leine laufen. Er soll ganz neutral an anderen Hunden vorbeilaufen. Die dürfen ihn gar nicht mal interessieren. Er soll lieb zu anderen Menschen sein. Er soll Besuch in den Hund ins Haus lassen. Er soll aber auch den Einbrecher, den soll er wiederum verjagen. Also hier kommt eine ganze Menge auf den Hund zu. Und hier wird es einfach auch ganz schnell unfair. Wenn ich jetzt von diesem Hund diese Sachen erwarte, dass er die jetzt leisten soll, ich ihn aber zeitgleich bemitleide, ihm möglichst viel Freiheit gebe, ihn mit Samthandschuhen anfasse. Och du armer Schatz, du hast ja so eine schlimme Vorgeschichte gehabt. Komm, ich bin doch ganz lieb zu dir und dem Hund deshalb gar nicht so richtig erkläre, wie das Ganze jetzt in diesem Haushalt funktioniert. Denn Mitleid ist eine sehr destruktive Emotion. Mitleid hat noch keinem da draußen geholfen, hat noch nichts Positives bewirkt. Kannst du dir in etwa so vorstellen, wie wenn du, ich sag jetzt mal, Höhenangst hast. Du möchtest jetzt mit einem Kumpel zusammen eine längere Wanderung machen. Und jetzt kommt hier eine Brücke, die ist relativ schmal. Da ist nur so ein Geländer, wo man sich dran festhalten kann. Aber auf dieser Brücke geht es 100 Meter weit nach unten. Jetzt könnte dein Kumpel zu dir sagen, ach, das tut mir aber leid und hat jetzt einfach Mitleid mit dir, dass du hier Höhenangst hast und sagst, komm, wir machen das ganz, ganz vorsichtig. Komm, ich lock dich jetzt hier vielleicht mal mit einem 20-Euro-Schein. Wenn du die ersten Meter gehst, dann bekommst du diese 20 Meter, damit du einfach merkst, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Und du gehst vielleicht dahin, ja, so ganz vorsichtig, holst dir die ersten 20 Euro und rennst sofort wieder auf sicheren Boden. Ähnlich ist das bei Hunden, die Angst haben, vor die Tür zu gehen. Denn hier machen das viele Menschen ganz genauso. Die möchten den Hund mit Samthandschuhen anfassen und locken ihn einfach mit so Käsestückchen erstmal ein Stückchen raus, dann noch ein Stückchen raus und docken hier einfach ewig dran rum. Und der Hund kann immer wieder einfach schnell raus und zack, ist er wieder im Haus drin. Um jetzt mal wieder bei dem Beispiel mit der Brücke zu bleiben. Wie wäre es denn, wenn dein Kumpel jetzt kein Mitleid mit dir hätte, sondern einfach zu dir sagt, komm, ist nicht so schlimm, ich weiß, du hast Höhenangst, aber ich nehme dich jetzt an die Hand, ich helfe dir jetzt, ich halte dich fest, es kann dir nichts passieren und wir gehen da jetzt zusammen, gemeinsam drüber. Wie ist jetzt die Chance, dass du über diese Brücke drüber kommst? Anfangs mit Mitleid, hmm, komisch, ah, wahrscheinlich hättet ihr dann den Versuch abgebrochen, aber so besteht auch eine viel, viel bessere Möglichkeit, dass du hier einfach deine Komfortzone verlässt und es einfach mit der Hilfe deines Kumpels zusammen schaffst, dir über diese Brücke drüber zu gehen und einfach vielleicht auch auf der Brücke dann merkst, hey, alles cool, es passiert mir nichts. Genauso ist das bei diesen Angsthunden, die nicht vor die Tür gehen wollen. Das heißt, hier muss ich auch die psychische Barriere erstmal durchbrechen. Das heißt, dass mein Hund eben nicht wieder zurückrennen kann, sondern dass ich hier mit der gleichen mentalen Einstellung rangehe und einfach meinem Hund sage, komm, ich halte dich jetzt fest, wir gehen da jetzt zusammen durch und dann kann dein Hund auch draußen lernen, hey, alles cool, es passiert mir nichts. Ja, deswegen hör auf hier so viel Mitleid mit deinem Hund zu haben, sondern sei einfach so der Leuchtturm, die stabile Säule, an der er sich orientieren kann, der ihm einfach Sicherheit vermittelt, dass man hier einfach gewisse Sachen zusammen durchsteht. Denn helfen ist wieder eine viel bessere, positivere Emotion als Mitleid. Wenn du das Ganze lernen willst, wie auch du für deinen Hund einfach so eine sichere, ruhige Persönlichkeit wirst, die ihm einfach Schutz, Sicherheit geben kann, die zu ihm sagt, hey, ich weiß, dir geht es gerade nicht gut, ich weiß, du bist vielleicht gerade unsicher, aber wir stehen das jetzt hier zusammen durch. Wenn du weiterhin Mitleid mit deinem Hund hast, ihn mit Samthandschuhen anfällst, dann wird das Ganze nur noch schlimmer werden. Dein Hund wird immer ängstlicher, immer unsicherer werden und deshalb bewirbst du dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.matteo-lüderritz.de. Das war es von mir. Macht's gut, auf Wiedersehen, euer Matteo.